Und da hier, da haben wir hier hinten so, dass er so wirklich sich alles so verbreitet, wie wir das wollen. Ich würde das ja nochmal so unterführen. Das wäre dann ein ganz schön großes Baumhaus. Wir haben doch Wolle, dann können wir uns nochmal ein Bett nach. Können wir schon Becken essen? Wie viel Wolle? Wir haben gar keine Wolle. Genau das Wort ja von Kumporn. Gehört. Licht, Licht, Licht. Licht, Licht, Licht. Oder machen wir auch nicht so viele Fackeln wie gerade reinpassen. Wie das dem jetzt gerade in den Hub passt. Ah, schön, schön schön hell. Wir können das mal dann mal Klaas hin. Vielleicht mal nach der Baustelle. Da aber vielleicht mal, wo das hinkommt. Da kommt der hin. Da kommt's. Na. So geht nicht. Gut. Ich mach mal. Da soll ja hier hin. Da kommt der hin. Na. noch mal noch trennig. Was? Ne, das ist jetzt nicht. Das ist jetzt nicht. Das ist jetzt nicht ernst. Baustelle noch frei. So, da halten 30 Minuten sind noch weg. Das heißt, wir haben noch zwölf Minuten Bauzeit. Zwölf Minuten. Hm, also dann acht Minuten wechseln. Dann haben wir noch gute vier Minuten Tag. Weißt du was? Wir brechen das jetzt hier an dem Status ab. Dann ist der Port jetzt wööhnlich kürzer. Aber wir haben schon einige Fortschritte gemacht. Wir haben aber da fast jetzt zusammen. Also wir haben hier die Troll gewonnen, wo eine Menge drin ist. Beispiel, ja, ein bisschen Leder, Baummehl, alles sowas. Wir haben zwei Röfen, womit wir schon die erste Kohle gemacht haben. Ja, schon, es geht ja nicht. Ich bin blöd. Das heißt, die, ja, die erste Kohle gemacht haben. Ähm. Fucken. So, dann haben wir uns Kabel zugelegt. Und haben wir ein bisschen rumhantiert. Mit Kruppel, 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 Kruppel. Dann haben wir halt die Fackeln hier schon eingerichtet. Haben wir uns rumhantiert. Dann haben wir dann angefangen, die Etage auszubauen. Ja, soll ich das alles zu einer Fläche machen. Aber jetzt sagt man einfach nur, nö. Ihr kommt dann Treppen hin. Und hier auch. Hier machen wir dann noch so im Zwischenflor mit Umrandung. Dann bauen wir die Bäume diesmal hier. Hier. Und hier. Weil den Abstand, den wir jetzt hier haben. Ach, Mist. Den Abstand, den wir jetzt hier haben, sehen wir ja, die wachsen so zusammen. Das ist keine richtige Fläche. So, dann müssen wir mal hier die Decke lang hier, also sicher zukleistern, was geht. Und dann haben wir, habe ich ja schon im Moment alle Fortschritte dokumentiert. Und die Sonne bricht an. Perfekt. Aber wie gesagt, wir brechen schon jetzt früher ab. Dann bis zum nächsten Part.